so moin falls einer eine idee hat was das ist bitte mal in die kommentare schreiben das ist ein kurzer hellen signal also für mich hört sich das an wie permanent beschreiben das ist schon ziemlich ekelhaft nur mal zum beweis dass das die kurzwelle bei dem radioeinwandfrei funktioniert also die kurzwelle funktioniert einmal frei wie man hört ich gucke jetzt mal hoffentlich finde ich das signal wieder was auch immer das ist also wenn einer eine idee hat bitte mal melden ich habe sowas über kurzwelle noch nie gehört so 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 das soll jetzt erst mal gewesen sein ich suche mir jetzt mal ein anderes signal weil das ist schon ein bisschen unheimlich muss ich sagen aber falls einer eine idee hat was das ist gerne mal an die kommentare schreiben ich habe nämlich wirklich überhaupt keine ahnung so 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 Untertitelung des ZDF, 2020